Willkommen bei der objektorientierten Modellierung, die wir gemeinsam anhand der Unified Modeling Language UML erlernen wollen. Das in der Praxis mit Abstand am meisten verwendete Diagramm ist das Klassendiagramm. Gemeinsam mit dem Objektdiagramm dient es zur Strukturmodellierung. Und mit diesen beiden Diagrammtypen wollen wir nun starten. Zu Beginn sehen wir uns an, was Objekte sind und wie sie im Objektdiagramm dargestellt werden. Die Unified Modeling Language oder kurz UML dient zur Modellierung von Informationssystemen. Informationssysteme produzieren, verwalten und speichern Daten. Daher müssen wir zu Beginn beim Entwurf unseres Informationssystems festlegen, welche Datensätze für unsere Anwendung, die wir schaffen wollen, überhaupt relevant sind. Nehmen wir an, wir wollen ein Informationssystem für eine Universität konzipieren. Dann sind sicher Datensätze über Studierende, über Professorinnen und über Zeugnisse relevant. Jede einzelne Studierende, jede einzelne Professorin und jedes einzelne Zeugnis stellt dann ein für unser Informationssystem relevantes Objekt dar. Beim Entwurf des Informationssystems wollen wir Objekte, die hinreichend gleiche Eigenschaften bzw. auch gleiches Verhalten haben, zusammenfassen. Dann können sie auch in unserem Informationssystem gleich behandelt werden. Das heißt, wir bilden Mengen von gleichartigen Objekten. Oder in anderen Worten, wir klassifizieren die Objekte nach gemeinsamen Eigenschaften und Verhalten und schaffen somit Klassen von Objekten. In unserem Beispiel gruppieren wir alle Studierenden, alle Professorinnen und alle Zeugnisse. Und damit schaffen wir die Klassen Student, Professor und Certificate. Eine Klasse umfasst also mehrere Objekte mit gleichen Eigenschaften und gleichem Verhalten. Ein Objekt entspricht dann einer Instanz dieser Klasse oder einer Instanz dieser Menge. In einem Informationssystem sind die Objekte nicht isoliert, sondern hängen oft zusammen. Beispielsweise wird jedes Zeugnis von einer Professorin ausgestellt und für eine Studierende ausgestellt. Auch wenn ich das hier auf der Folie nur am Beispiel von zwei Zeugnissen demonstriert habe. In der Terminologie von UML bestehen sogenannte Links zwischen Objekten. Also Zeugnisse sind mit Studierenden und Professorinnen verlinkt. Wir haben ja vorher bereits gehört, dass gleichartige Objekte zu Klassen zusammengefasst werden. Natürlich wollen wir auch Links mit gleichen Eigenschaften zusammenfassen. Durch diese Zusammenfassung entstehen sogenannte Beziehungen bzw. Assoziationen. In unserem Beispiel sehen wir eine Beziehung Issues, die beschreibt, dass eine Professorin ein Zeugnis ausstellen kann und eine Beziehung Receives, die ausdrückt, dass ein Zeugnis für eine Studierende ausgestellt wird. Wir wissen nun, dass Objekte Instanzen von Klassen sind und damit sind es die Instanzen des zu entwickelten Systems. Widmen wir uns nun der Darstellung von Objekten. Auf dieser Folie haben wir drei verschiedene Darstellungsvarianten angegeben. Diesen ist gemeinsam, dass ein Objekt immer als Rechteck angegeben wird. In der Mitte befindet sich die üblichste Form der Darstellung. Hier wird zuerst die Objektbezeichnung, gefolgt von einem Doppelpunkt und danach die Klasse angegeben. Das Ganze wird auch noch unterstrichen. Somit legen wir fest, dass das Objekt Alex Miller eine Instanz der Klasse Person ist. Im rechten Fall geben wir keine Objektbezeichnung an. Das heißt, das Objekt, wie immer es auch heißen mag, ist eine Instanz der Klasse Person. Wir haben ein sogenanntes anonymes Objekt. Auf der linken Seite ist der umgekehrte Fall dargestellt. Hier wird nur die Objektbezeichnung angegeben. Damit verlieren wir natürlich die Information, von welcher Klasse hier Alex Miller eine Instanz ist. Da dies meist benötigt wird, ist das Ganze eher von theoretischer Natur, sage ich jetzt einmal. Zusätzlich haben wir bereits erfahren, dass Objekte Schnappschüsse eines Systems sind. Das heißt, Schnappschüsse legen die Werte eines Objekts zu einem gewissen Zeitpunkt fest. Sehen wir uns das für den vorliegenden Fall an. Das heißt, wir legen die Werte von Alex Miller zum jetzigen Zeitpunkt fest. Beispielsweise sei der Vorname Alex, der Nachname Miller und das Geburtsdatum 3. Mai 1973. In der Darstellung schreiben wir immer zuerst das Attribut, danach ein Ist-Gleichzeichen und letztendlich den aktuellen Wert. Dieser kann sich, weil es sich um einen Schnappschuss handelt, natürlich auch ändern. Beispielsweise könnte sich der Nachname nach einer Hochzeit ändern. Später werden wir noch sehen, dass bei Klassen auch immer Operationen angegeben werden. Die Operationen sind jedoch für alle Objekte einer Klasse gleich und daher stellt diese Angabe keinen Mehrwert dar. Und somit werden Operationen bei Objekten nicht angegeben. In einem Informationssystem gibt es natürlich sehr, sehr viele Objekte. Beispielsweise hätten wir in unserem Informationssystem für eine Universität die Studierenden Helen Lewis und Mike Fox. An der Universität werden Kurse angeboten wie der Mod-Kurs und der Pro-Kurs. Als Hörsaal steht das Audi Max zur Verfügung. Natürlich stehen diese Objekte auch miteinander in Beziehung. Helen Lewis besucht beispielsweise den Mod-Kurs und auch den Pro-Kurs, während Mike Fox nur den Pro-Kurs besucht. Der Mod-Kurs findet im Audi Max statt. Dementsprechend sehen wir hier auch Kanten zwischen diesen Objekten. Diese Kanten werden als Links bezeichnet. Diese Links dienen auch zur Beschreibung der strukturellen Aspekte des Systems auf Instanzebene. Wenn wir nun also ein Diagramm haben, auf dem sich mehrere Objekte befinden und die miteinander durch Links verbunden sind, so sprechen wir von einem Objektdiagramm. Dieses Objektdiagramm ist eine Momentaufnahme des Systems. Momentaufnahme, weil es können sich natürlich Dinge ändern. Das Ganze muss nicht vollständig sein. Es würde ja auch keinen Sinn machen, all die vielen Objekte des Informationssystems auf einem Diagramm darzustellen. Objektdiagramme dienen vorwiegend zur Illustration, wie wir auch später sehen werden. Die Instanzen eines Systems haben oft gleiche charakteristische Merkmale und gleiches Verhalten. Sehen wir uns das am Beispiel an. Wir haben oben links Alex Miller und Alex Miller hat einen Vornamen, einen Nachnamen und ein Geburtsdatum. Diese drei Attribute hat aber nicht nur Alex Miller, sondern auch Helen Lewis und Mike Fox haben diese Attribute. Und daher kann man die drei und noch andere Personen zusammenfassen zur gemeinsamen Klasse Person, die jetzt einen Bauplan darstellt für unsere Objekte. Ein Bauplan für eine Menge von ähnlichen Objekten eines Systems. Und die Objekte sind dann Instanzen dieser Klasse. Alex Miller ist eine Instanz der Klasse Person. Ich lege fest, dass eine Person die Attribute Vorname, Nachname und Geburtsdatum hat. Und damit hat jede Person diese drei Eigenschaften und auf der Objektebene links lege ich auch noch Werte für jedes dieser Attribute fest. Natürlich haben unterschiedliche Objekte, unterschiedliche Personen unterschiedliche Werte für diese Merkmale. Die Operationen beschreiben das Verhalten einer Klasse. Die sind jedoch, wie wir schon gehört haben, für jede Instanz der Klasse gleich. Personen verhalten sich gleich und werden daher im Objektdiagramm nicht mehr abgebildet. Somit haben wir einen ersten Eindruck, was Objekte sind und wie sie zu Klassen zusammengefasst werden können. Das bedeutet auch, wir sind dafür bereit, uns das Klassendiagramm näher anzusehen. Untertitelung des ZDF, 2020